Moin ihr wunderbare Menschen des Interwebs, mein Name ist Mastersplay und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu meinem Uncharted 4 Thieves and Trophäen Guide. In diesem Video beschäftigen wir uns mit ganzen vier versteckten Trophäen, denn alle vier Trophäen könnt ihr im elften Kapitel von Uncharted 4 finden. Auch wenn ich gesagt habe, ich werde in diesem Guide diese Trophäen nicht zeigen, werde ich sie jetzt trotzdem anschneiden, da sie eben auch im elften Kapitel zu finden ist. Und zwar die Trophäe Tiere füttern verboten. Dafür müsst ihr auf die Frau mit den Äpfeln zulaufen, ihr einen Apfel abkaufen, dann mit dem Apfel zu dem Mann mit dem Lemuren laufen, den Lemuren angucken und dann einfach weiterlaufen. Der Lemur wird euch den Apfel klauen und ihr erhaltet die Trophäe. Für die nächste Trophäe geht es sehr 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 hoch hinaus. Sobald ihr mit Nate die große Glocke läuten sollt, klettert ihr weiter nach oben, bis ihr ganz oben angelangt seid und stellt euch auf die kleine Plattform. Dafür bekommt ihr die Trophäe, ich kann von hier mein Haus sehen. Die nächste Trophäe gibt es bei dem Gründerrätsel. Ab einem bestimmten Punkt weiß Nate nicht mehr weiter. Er weiß nicht, wie die Piraten alle heißen, also möchte er ein Foto Sam schicken. Bevor ihr aber ein Foto von den Symbolen macht, geht mit der Kamera nach rechts, bis ihr Sully im Visier habt. Und dann fotografiert Sully. Dafür gibt es die Trophäe Fotoshooting. Die letzte Trophäe, die ihr auch im 11. Kapitel finden könnt, ist eine Trophäe, die an die E3 2015 Präsentation von Uncharted 4 Thieves' End anlehnt. Als Uncharted 4 endlich mit der Präsentation dran war, passierte erstmal nichts. Die Szene begann, aber Nate bewegte sich nicht. 30 Sekunden später hat man die Demo noch einmal neu geladen und dann funktionierte es. Das heißt, wenn ihr an dieser Stelle angelangt seid, drückt nichts. Bewegt nichts. Legt den Controller von euch weg, bis ihr die Trophäe Schockstarre erhaltet. Im englischen Original heißt diese Trophäe Stage Fright, was so viel bedeutet wie Lampenfieber. Also, eine sehr, sehr lustige Trophäe, muss ich sagen. Das waren alle vier versteckten Trophäen, die ihr in einem einzigen Kapitel finden könnt. Wie immer möchte ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken und hoffe, dieser Guide hat euch weitergeholfen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im nächsten Trophäenguide von Uncharted 4 Thieves' End wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.